Liebe Freunde von Volk Köln, liebe Freunde von der Tournummern, ich brauche euch eine wichtige Entscheidung zu machen. Wir machen die Beleidung und unsere Vertrauen schenken. Unser Finanzminister, und die Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin und die Bundeskanzlerin. Bei der Finanzierung, aber weiterhin geh nicht hoch. Wir helfen aber unseren armen Banken und Konzernen zu werken. Aber unser Verkehrsminister Am Specken der Meinung Dass die Rangsau Und dem Straßenbau Die Rangsau Der unsere Umwelt so sehr zerstört Weitere Gärten und Häuser beopfert werden sollen Die durch Umwelt und Auflagen Ja, so muss das sein Nicht mehr so behindert werden sollen Oh, Scheiße Darum hat er eine groß erweitsichtige Entscheidung getroffen Für uns, Herr Zusätzlich zu der S21, U5 und der Schloss Und für die Zukunft unserer Kinder Ja, die sind blau, eine geile Autobahn Sollen weitere Milliarden für die Verlenkung der A100 Im Baukontakt mit 20 Milliarden angegriffen werden Darum, liebe Bürger, für uns, Köln Darum, für uns, Köln Setzt euch mit uns Ja, wir sind ein bladeland Ja, wir sind ein bladeland Für eine umweltfreundliche Verkehrspolitik ein Für uns, unsere Kinder und unsere Enkel Ja, genau Denn auf die große Politik ist da leider kein Verlass Genau Freunde von Natur in Kreuzberg In Neufeln und Friedrichshein Häuser, Bäume, Park und Justine Wollen wir schützen, breit euch ein, nein, wir gehen nicht rein, weil aufs Abzahn unseren Mut nicht bricht. So ein Megaputzprojekt wie A100 Raum war nicht, so ein Megaputzprojekt wie A100 Raum war nicht. So ein Megaputzprojekt wie A100 Raum war nicht, so ein Megaputzprojekt wie A100 Raum war nicht, so ein Megaputzprojekt wie A100 Raum war nicht. Nein, mehr Verkehr muss auf die Schienen, A100 muss nicht sein. Mehr Verkehr muss auf die Schienen, A100 muss nicht sein. Mit der Bahn und auf dem Fahrrad geht es uns genauso gut. Komm, schneid uns noch auf die Füße, breit euch ein und habt den Mut. Seid auch ohne Automobil, schützt unsere Welt, macht euch nicht klein. Für ne lebenswerte Zukunft, dafür setzen wir uns ein. Für ne lebenswerte Zukunft, dafür setzen wir uns ein. Geist, die 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 wir uns ein. Vielen Dank.